Ja-loh-löchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Minecraft Obscurity mit Rubber Moon und Link. Hallo. Kannst du zwar reinwerfen? Was ist mit den Möhren? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Äh? Was anderes. Was ist jetzt mal eine Erde nochmal hier oben drauf? Wo oben drauf? Einfach hier auf der Erde, damit ich sehe, ob der nicht doch einen höher braucht. Nee. Weil der ein Tiefel hat? Das ist der nicht. Aber sagt der mir no... Er sagt mir no seats. Nee, das ist nichts, wo er sagt mir no seats. Aber er hat doch seats. Woher siehst du das denn, dass er no seats sagt? Ja, wenn ich ihn anschaue, steht es hier oben drüber. Da, wacht er. Ah, okay. Die Höhe, da muss ich nochmal abbauen, okay. Was hast du gemacht? Warte. Äh. Bitte. Heißt, da muss ein unter der Erde sofort. Das heißt, da muss in die Decke reingesetzt werden, einfach. Hier ist er ganz oben. Nee, der muss einen drüber. Der war auf der gleichen Höhe. Ja. Ich muss jetzt einen höher bauen. Ach so, stimmt. Da muss ich noch ein Stromkabel oben drauf sitzen. Ich habe auch noch eins, Gott sei Dank. Da oben muss er drauf. Baut ihr denn jetzt? Ne Weizenkornfarm. Was brauchen wir das denn? Ich kann nicht sagen, hör auf. Gehst du einmal da runter hier wieder? Dann zeig dir das. Kommt einen runter? Genau, hier. Braucht die seats, die presse ich da aus. Und macht die dazu den Saft, der da oben drin gespeichert wird. Für die Quest. So. Und wir haben schon 4% dieser Quest. Und deswegen muss man das nicht von Hand machen. Das einzige Problem ist, der braucht die ganze Zeit neue Äxte und sowas. Ne Äxte ja nicht. Höchstens Eisenhaken scheinbar. Ne, die Äxte braucht es noch abbauen. Die kann man uns beschränzen. Mal gucken, wie weiter das macht. Aber brauchen die Samenkörner nicht eigentlich Wasser? Weil die ist ja jetzt nirgendwo Wasser. Link. Wenn er die pflanzt, nicht. Hä? Wenn er die pflanzt, nicht. Dann er die pflanzt, nicht. Alles klar. So, 1, 2, 3, 4 geht schon mal. Mal gucken, wie weit die Range geht. Du kannst wie gesagt mit so Capaciton erhöhen. Oh, der hat einen Rucksack fallen lassen. Also 5 geht auch noch. Braucht gleich wieder Fackeln irgendwo. Boah, hier ist der. Guck mal, du hast den Rucksack gar nicht. Dann sagen wir mal. Ah, wenn, okay. Wenn Werkzeug kaputt geht, kann ich mit dem Hopper Werkzeuge nachfüllen. Dann muss ich vom ME kein Auto-Crafting hier reinlegen, dass der immer automatisch nachcraftet. Hier, jetzt hab ich Platz keine mehr an. Also hat er hier rechtwerte 1, 2, 3, 4, 5 in jede Richtung. Das reicht doch erstmal. Wenn du meinst, ich kann doch größer machen. Erstmal reicht's. Wo spuckt er denn das aus, das fertige? Wahrscheinlich da rechts neben oder so? Das ist egal, in welche Richtung. 2, 3, 4, 5, bis 3. Pumps nach unten raus dann. Ich brauche mal fertige Fackeln. Hättest du mir welche? Fertige. Ich muss mir irgendwas bauen, damit die... Oder so. Damit ich muss irgendwie eine Wand drüber bauen, damit ich bin das nicht gebunden machen. Den kannst du nacheim machen, kurz im Moment Zeit. Ja, im Moment Zeit, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Was? Ich hab keine Samen mehr. 5. Ich hole dich ja mal dran. Easy. So, was, was geht's? Ähm. In der, der Tower-Defense-Dinge, da ist ein... Oh, keine Erde mehr. ...fass drin, die heißt, äh, Defensive Prote... Da ist Turmbasis-Maschinengewehr-Munition drin, aber wenn ich, ähm, nach dem Zeug suche, finde ich davon, wie ich das bauen könnte. Echt, ne? Ich glaub... Okay. Das ist interessant. Die Items existieren, aber wir kriegen sie nicht angezeigt. Da kann ich... Das kann ich dir nicht sagen. Das muss irgendein Wachs sein, dass er dir euch zufern zeigt. Ballwerk ist es das, was Dingens-Rubber... Oh, nee, das ist wieder was anderes, ne? Ja. Ballwerk hat von euch keiner gesagt. Ne. Also, wenn du es dir nicht anzeigst, einfach mal weißt du es nicht, das kann ich dir echt nicht sagen. Ballwerk hat von euch nicht. Ballwerk hat von euch nicht angebracht. Zu den Waffen! Julia! Julia, unsere Militante... Militante-Tante. Unsere Midi-Tante. Aha, ja. Das ist gut. So, jetzt machen wir den Bruchstein drumherum. Wir brauchen 10 Malwerke. Um was zu tun? Best. Okay. Okay. Scheiß Dunkelheit. Richtig spannend. Wir machen ja alle so ziemlich spannende Sachen, glaube ich. Ich crafte immer noch an den Jetpacks. Ich meine, ich habe ja auch lange an diesen Farmdinge gecraftet. Jetzt gleich die Stufe 2. Plastik gleich nochmal her. 5. Stufe 2 von 5. Weiß das nicht mehr. Was denn? Plastik. Plastik. Wo Plastik nochmal her? Aus Rubber. Ist der Baum der da hinten? Der hier hinten, aber stand hier, ist genug drin, sondern eigentlich. Ja, ist genug drin. Warte. Ah, danke. Oh, Schoko. Mach ich jetzt Plastik, oder wie? Ja. Beinmal brennen. Aufen einfach. Wo jetzt ist der Schand drin ist. Ne, das ist der Poverazza. Ach, ein Redstone Ofen. Einfach mal ein Stack durch, oder? Oder alle. Na, mach mal ein Stack erst noch. Aus Gummiriegel. Weil manchmal braucht man es ja auch als Rubber, also einmal brennen kannst du alle. Nur zweimal solltest du nicht alle, weil manchmal brauchst du auch als Rubberbau. Genau. So, jetzt habe ich zweimal Tier 2 Jetpack. Deshalb ist 400.000. Mal schauen, wie lange das hält. Danke. Aber immerhin, ich habe vorhin was für meine... Alter, wenn du hier oben so baust, dann... ...hier. Wo muss ich das hin, oder an welcher Stelle? Wurstung. Echt? Da kann hier keiner Wurstung anziehen. Ja, ich habe jetzt noch keine Platte hingemacht. Hofer-Mod ist automatisch an, oder? C. Hä? Mit C. Oben links siehst du, was an ist und was nicht. Kannst du noch komplett ausmachen. Also wenn ich Hofer-Mod anmache und irgendwo runterfalle, dann... Du sinkst ganz langsam mit, schwebst du fast. Ja, ja. Hält aber noch nicht lange hin. Weil ich es noch nicht aufs Größte es gab gerettet habe. Okay. Ich danke dir. So. Was brauchen wir denn für Auto-Crafting-Rezepte, was wir ständig craften? Wackeln wir ein bisschen. Ich habe genug Closter, jetzt glaube ich langsam. Ja. Ich weiß nicht mal so. Der Manner-Craften, bitte. Blank-Patterns. Machst du Endermanner-Craften? Ja, bitte. Das ist echt nervig, wenn man die ganze Zeit suchen muss. Ja. Oh, die Uhr wieder da unten. Ei. Voller Motivation gerade, ey. Ja, du. Ja. Endermann suchen ist echt eine scheiß Aufgabe. Ja. Ich habe jetzt gerade keine Lust drauf. Auf Endermann suchen. Ja. Ne, das ist auch irgendwie nachts um zwölf, wenn man keinen Endermann suchen. Wer hat Angst um Endermann? Niemand. Und wenn er kommt, dann porten wir uns. Oder so ähnlich. Hab ich schon wieder alle verbraucht? Kann das sein? Mein Gott, ey. Hallo, hallo, hallo. Was haben wir verbraucht? Ich habe alle Bruchstellen verbraucht. Ach so. Wie der Hoover-Moot angeht, wenn ich den Teleporter benutze. Auch gut. Wir haben nur eine Million Cobblestone, das ist ja... Da muss ich erstmal 500.000 rausnehmen. Jetzt sollten wir fucking Auto-Craften. Und dann nimmst du die Linke da rein? Können wir jetzt fucking Auto-Craften. Das wäre gut. Aber dann muss er doch einen Vorjahrzeug haben, oder? Ja. Ja, das kann... Kann er sich auch craften. Ja, wenn ihr jetzt, ähm... Brother, nimm mal zum Beispiel erstmal den Wireless, wenn du da jetzt nach Fackel suchst... Ja, den Wireless habe ich leider unten in der Kiste. Ach so. Da ist jetzt ein Plus, wenn du da drauf klickst, frag dich, wieviel du da haben willst. Sag ich zum Beispiel mal 20. Dann stützt Java ab. Ja. Tadadam. Okay, gut, dass ich das nicht gemacht habe. Und ein... Oh. Ne, ich bin doof. Ja, das wissen wir alle, aber... Warum ist er jetzt abgeschüttet? Um zu craften, braucht man eventuell eine Crafting-CPU. Hast du noch keine Crafting-CPU gemacht? Nein. Gut. Ja. Total. Alter, ich bin... Ach so, oh, du bist grad in dem. Kein Ding. Alles gut. So. Toll. Oh. Nein. Oh, mein Mann, was hier steht. Ich habe das Glatt. Oh. 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 Und wie sieht deine Farm oben schon aus? Die farmt Musst du vielleicht nur über den Trichter, als du vielleicht eine Kiste stellen sollen, dass du da mehr Werkzeuge reinpacken kannst, oder? Ne, da muss das Licht sein Jetzt habe ich so mit rote Flecken in der Mitte Also du machst einfach von oben eine Pipe und neben die Pipe eine Kiste, die dich da rauszieht dann Ja, das geht schon irgendwie Und nach unten ziehst du dann die Items einfach raus Nach unten? Kann man den Ofen noch? Ja, nach unten Da oben gehen die, da ist nur der Strom anderer Du kannst die Ender I.O. Kabel auf einen Block legen Achso, muss ich mit Ender I.O. Kabel irgendwie... Ja Da haben wir noch ein paar Stacks Alles klar Ich mach jetzt noch Türen da oben hin, dann ist das hier quasi unser Dachgeschoss Fahrt man auf dem Dach sozusagen Ne, hier mach ich die Tür wieder weg, das gefällt mir so nicht Tür nach außen hin reicht, hier lass ich einfach offen Ich muss sich das Feld angucken Seid da unten jemand von meinen Jungs? Pink? Pink gleich wieder da Beziehungsweise wir können mal... Ne, die Folge ist eine Minute zu Ende, ne? Ähm... Meine Folge ist jetzt schon zu Ende, wir sehen uns dann... Bis zum nächsten Mal, tschüss!